Das Rennen um die US-Präsidentschaftswahlen 2024 nimmt Gestalt an. Ex-Präsident Donald Trump ist zurück. Und das nicht nur auf Facebook, wo er seit Freitag wieder postet. Trump hat auch seine Wahlkampftour gestartet. In einer Rede in der Stadt Davenport, Iowa, widmete er sich bereits dem Krieg in der Ukraine mit einer klaren Ansage. Sollte er im kommenden Jahr nicht in das Weiße Haus zurückkehren, drohe ein dritter Weltkrieg, warnte Trump. Ich bin der einzige Kandidat, der dieses Versprechen geben kann. Ich werde den dritten Weltkrieg verhindern. Denn ich glaube wirklich, dass wir den dritten Weltkrieg bekommen werden. Gleichzeitig warf Trump Präsident Joe Biden vor, das Land in einen Atomkrieg zu führen, der möglicherweise das Ende der Welt bedeuten könnte. Donald Trump bezeichnete die derzeitige geopolitische Lage als die gefährlichste Zeit für die USA und die Welt und sagte, Präsident Biden habe Russland direkt in die Arme Chinas getrieben. Die Nation stehe vor einer extrem schwierigen Zeit. Die Amerikaner befänden sich in einem epischen Kampf, um unser Land vor den Leuten zu retten, die es hassen und absolut zerstören wollen. Vor einem begeisterten Publikum rief Trump der Menge zu, dass der Krieg mit ihm an der Macht schnell beendet werden würde. Er erwähnte auch sein angeblich gutes Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Kurz nachdem ich die Präsidentschaft gewonnen habe, werde ich den katastrophalen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, erklärte Trump laut Newsweek.